Wo ist die Batterie an? Ladies und Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen zu einem Schein-In-Cow-On! Ja, guten Tag, haben wir dies. Hey Kumpel, denk dran, die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Halte ich jetzt nicht vor. Nein, nein, du musst dich erst büten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ist der Anruf auch im Hard-Mode? Ich hoffe nicht, ansonsten wäre das der übelste Witz. Fresse. Das Ding lebt ja immer neu. Gibt's ja wohl gar nicht. Heute kommt der Pirate Dice. Ich wollte nur so ein bisschen Looting nochmal. Dann hab ich noch Bock weiter zu spielen. Ja, erstmal muss ich glaube, Scorpi und sowas. Schlüssel brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Das ist jetzt alles nur noch Mist mitzuschleppen. Flammenwerfer, auf mit den Arsch. Oh, ich nehme erstmal den Granatenwerfer. Ich glaube, das Ding war ein bisschen... Ich glaube, das Ding war ein bisschen mehr Spaß. Ja, 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 ja. So. Pillen brauche ich auch nicht. Ja, im Moment. Da habe ich gar keine Chemikalie, deswegen lohnt es gar nicht. Man darf ja nur starke, flüssige Chemikalie. Das würde sich doch schon lohnen. Ähm. Pillen. So. Festbrennstoff. Ja, perfekt. Ähm. Ja. Änden war das dann soweit. Äh, dann gehen wir erstmal rein. Ja. Rein da. Oh, das ist aber wirklich trash, die Musik, Alter. Wo findet man solche Musik? Erklär mir das bitte mal. Oh, guck mal. Wir schauen jetzt mal. Das filmen. Dieses verdammte Teil. Komm schon. Ey, sag mal. Das Führunggeld. Das haben wir dann aus dem Statif vergessen. Nimm das noch. Ja, beeil dich mal bitte. Das ist schrecklich. Wartet. Wartet. Ich warte, ich warte. Ja. Schau doch mal her, was ich habe. So, lass dir Kopf sein, ist doch schon abends dran. Was soll denn das jetzt heißen? Weißt du, wozu das gut ist? Hm. Weißt du, was Rui damit anstellen will? Ich kann es mir durchaus vorstellen. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das, das genau hier ist besonders. Was? Nö. Weißt du, Ethan? Oh, mein Hintergrund ist aus. Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Rui ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Ja, Ethan. Du kannst, äh, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus griechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst dann noch mal nichts hüten, Ethan. Haha. Du willst das Serum herstellen? Hm, ich versuche es zumindest. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Was sagst du? Ich sag gar nichts. Scheiße! Was ist das mit Schiffen? Voice acting. Wenn es explodiert, 12 Sekunden später. Scheiße! Ich habe mich gerne leicht erschrocken, weil der Sound war und weil ich in der Vorschau von dem Stream gerade gesehen habe, dass irgendwas explodiert ist. Oh, eine Kiste. Ich habe die Mine mitgetroffen, das ist ja voll verarsche. Na, wer ist Flinten? Naja, Flinten-Moni. Scheiße, das muss ich auch noch mal auf Minen aufpassen. Oh, ich habe aber die Gute. Ich habe mal... Ich habe es doch schon umgelegt und ich verdrück mich trotzdem. Hm. So öffne ich manchmal. Habe ich schon mitgekriegt. Muss man hier nochmal sagen. So. Gott. Echt die Sauerei? Was sonst? Ja, in dieser Stelle ist so ein Psychotikum ganz gut. Weil, dieses Psychotikum kann dir sagen, ob du diese... Ich habe vielleicht schon mal Emo-Gameplay gesehen. Die ist explosiv. Was hast du in den Kisten liefern? Nichts. Ich habe nur was gegen explodierende Kisten. Oh, ganz, 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 ganz böse. Nein, ich habe... Ich wollte es gerade... Ich wollte es einfach nur da lassen. Aus Spaß. Oh, es ist noch da. Es ist noch da. Geil. Naja. Hm. Ja, vergesse ich immer. 0814, ja, das ist so. Mach doch nicht deinen in 30er. Nein, 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 nein. Es ist 014. 014. Mach doch mal. Versuchs mal, man weiß nie. Aber wir machen jetzt was mal. Das heißt TikTok. TikTok with the days ago. I'm losing track of time. Ob das so hält, weiß ich jetzt aber auch nicht. Oh, noch eine komische Versteckentür. Sag mal, was soll denn der Scheiß? Oh, nee, jetzt sind wir schon wieder diese Scheiß-Minen. Ich sehe es schon wieder. Nein, 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 auf. Ich war doch heute genug entfernt. Was willst du denn von mir? Ich denke, ich glaube dir ein Wort. Ist das gut. Ah. 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 Ah, der ist asozial. Das ist asozial. Das ist das asozialste, Alter. Ja. Und du noch erst recht. Du bist am Assozialstier. Ich seh das schon wieder. Ruhe. Alter, ist da richtig viel Party los, Alter. Lade doch nach, Ethan. Ethan, du lernst es nie, oder? Ja, das ist auch nicht. Scheiße. Ruhe. Das ist das. Das war da gerade meine ganze Schottie. Mein Aim ist ja komplett kaputt, ich sag's dir. Oh, dicker Münze. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Mh. Nein, 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 nein. Du kannst mir Scheiß erzählen, das ist kein echter. Hahaha. Amen. Ein Stabilizer. Rein da. Die Spallern dabba richtig, du. Ich sag's dir. Äh, ja. Noch was? Da kann man auch diesen Mülltanddeckel aufmachen. Das war gar nicht mal so scheiße. Oh ne, was ist denn das? Hat er nicht noch Video Tape oder so ne Scheiße? Das ist ne geile Idee, ich sag's dir, ich sag's dir, ich bluf ihn da drin. Ja, Glückspilz glaub ich jetzt aber nicht so. Tatsächlich nicht. Ich glaub du hast da auch ein bisschen Spaß dran, da musst du schon hier so ein bisschen fair machen. Sei doch nicht so, das wird ein Spaß, du wirst schon sehen. Ja, 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 ja. Ach, guten Morgen, ja. Geh mal die Kasse an, danke. Ähm, was ist die Aufgabe? Ah, wer ist das Licht noch hier? Happy fucking birthday. Got Alight? Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keine grässlichen schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm meine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Tod und denk dran zu lächeln. Ja, 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 ja. Ach, wir spielen anscheinend schon wieder hier, 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 Dings hier. Fah, ich hab vergessen, wie der heißt. Ach, scheiße. Öl. Ach, scheiße. Kamera leer. Ach, scheiße. Stream vorbei. Ne, Spaß. Ja. hallo jetzt sind wir aber wieder da mit voller energie geht es weiter meine lieben so was müssen wir hier machen okay irgende scheiße okay okay was ist es wird nichts entzünden was ist das denn es strömt gas aus wir müssen doch jetzt nicht anzünden halte ich gar nichts von geil kann man anzünden offensichtlich naja auf die schlüssel brauchst du das ja es ist wirklich ekelig aber wir müssen dadurch jetzt kommen stell dir nicht so an klein sie ach jetzt weiß ich will ich den namen wieder glanzi javis verschmutzt das fernrohr warte mal das ist der sinn ist auf quicksauce nichts macht er das nicht ne der macht es nicht aha real talk real talk so wir haben hängende person ein vogel auf einem stein und ein baby hängende person vogel auf stein und dann der baby and it just works was ist das was ist das hier fließt öl am boden nach scheiße das ist nämlich luft jürgen oder was so wie sagst du das stro brennt doch gut oder ist echt ein zufall das hat sogar funktioniert außerdem wieder eine angezündete kert vielleicht easy ein gelber ballon und wir brauchen ein passwort der clown da schreibt doch irgendwas ey was ist das mit diesen rätseln hier ich sollte ja nicht zu nah dran mit der kerze vielleicht ein kugelfisch ich würde da weg gehen ich würde da weg gehen an der stelle ein nagel luftballon alter hat über 30 space was zu tun ich sehe sie ich sehe sie an 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 und da geht es ja nicht weiter so finali und jetzt muss der pfeffer immer nach loser das beschreiben hier akkurat den bellen also ja das ist also das passwort loser also so ein loser gehen wir mal der passwort ein ja ich sehe was jetzt hier das ventil für diese scheiß konstruktion ich meine ganz ganz tolle konstruktion von lukas konzipiert der geniale typ also der sollte mich definitiv hier besser mal raus lassen die kerze und dann sind wir eigentlich fertig mit dem puzzle mach ja das öl das war jetzt nicht so eine gute idee am boden ich sage ich nicht wie es ist realistisch alles auch noch zu scheiße naja gott da lag ich zwar nicht aber ok ich frage mir jetzt nur wenn ich jetzt los eingeben was passiert dann du hast keine kopie habe ich nicht vor das ist ja Ja, weiss. Oh mein Freund, du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beleide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freundin kann man nicht vortäuschen. Es wird Wochen gedauert. So schnell, 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 schnell. Halt es nur für dich! Komm schon. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Nö, ich glaube ich werde nicht sehen. Du wirst jetzt richtig verarscht. Ich werde das Ding jetzt speedrunnen. So, gehen wir die ganze. Wir können auch gar kein Aktuell machen, solange wir noch in dem Pool Intro sind. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen. Und keinen kräftlichen schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, es sieht nur provisorisch. Es kommt noch mehr als provisorisch. Scheiße. Und steh dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Ja, 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 ja. Ich lächle doch. Siehst du das? Nö, lieber nicht. So. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Nein. Ich weiß das Passwort, aber egal. Egal. Äh, ja. Ich glaub den Rest den lass ich mir für den nächsten streamen. Weil wenn ich jetzt so übermütet weitermache, bringt das für keinen etwas. Und dann hab ich nicht mehr so viel vom Spiel. Ich glaub an einem Tag das durchzuspielen, da war ich sowieso zu viel vorgenommen. Weil... Das Spiel ist ja riesig. Sehr komplex. Wir haben fast einen 5 Stunden Stream erreicht. Wir können ja noch. Komm wir machen noch das hier. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ein paar Minuten noch. Acht Minuten. Dann habe ich 5 Stunden voll. Dann haben wir wenigst. Eine schöne runde Zahl, mit denen wir diesen Stream beenden können. Explosieren denn die Box eigentlich noch? Ich hoffe nicht mehr. Ich hoffe nicht. Mach doch wirklich Sinn den Speaker wieder richtig rein. Meine Güte, ich bin enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht von mir, dass ich das absolut nicht gecheckt habe. Hat eigentlich jemals schon mal Ethan Must Die durchgespielt? Wo ist die Batterie hin? Ladies und Gentlemen. Jungen und Mädchen. Willkommen zu einem scheinenden Kamm. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben... Komm wir haben so ein paar Granaten. Die können wir nochmal ein bisschen verbrauchen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben. Du hast auch noch alle Finger und Zählen. Wenn man die Hand noch als Hand zählen kann, dann ist alles in Ordnung. Moin Moin erstmal an die neuen Zuschauer im Chat. Oh nein, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich dir so gesagt habe. Ah. Alter. Oh, ich hab keine Muni mehr. Warum hat der nicht gewechselt? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Lass mich drüber, lass mich drüber, lass mich drüber. Ich brauche ganz dringend deine Freunde. Oh nein, 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 nein. Kannst du dir helfen, einen zu finden? Nö. Definitiv nicht. Ich kann dir nur das anbieten, was du mir vorsetzt. Und das ist relativ hässlich, wenn ich das mal so erwähne. Oh scheiße, der kostet schon wieder. Na, hast du dir mal eine Dame eingefangen, du fettig? Stresse schaut hoch aus. Äh. Gerade nicht so. Ich hab ihn gerade besiegt. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Er ist tot. Ach, er war sowieso nicht mein Favorit. Schon diespawnt. Was das? Mit dem Scheunenkampf? Mit dem Sagen und Wurrungen? Den Scheunenkampf? Ja, 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 ja. Ich freue mich hoffentlich. Perfekt, wir können weiterfahren. Wir können weiterspielen. Aber hätte ich jetzt nicht von Lukas erwartet, dass schon so schnell der aufgibt. Und das ist offiziell der langsamste Aufzug, den ich jemals gesehen habe. Und auch da obendrein der komischste. Lalalalalala. Ich weiß nicht, was verpasst ihr hier gerade? Ne, ich glaube nicht. Ah, hier haben wir was. Da waren das gerade Pillen? Keine Ahnung. Wie können wir für die Granaten benutzen? Flüssige Chemikalie. Wir haben schon mal ein neues Set Granaten. Warum auch immer mal Pillen und Chemikalie für Granatenbrauch? 1408. Du bist dein nächster dran. Hm. Naja. Oh, nantike Münze. Die nehme ich doch immer ganz gerne mit. Erst haben die die Eimer im Sammelpack gekauft, diese Ausfallwandtreppen. Die sehen hier überall in jedem Scheißhaus. Weißt du, ich halte mich vorher. Das könnte ich mir immer nicht im Luxus. Hm, 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 hm. Äh, ja. Äh, 1408 war das, glaube ich, ne, äh. Oh, Kumpel. Das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist den du rumschleppst, pack das alles weg. Woher kommt die Stürme? Alles weg. Äh, im Ernst jetzt ist alles weg. Fühl mir nicht safe. Messerchen doch wenigstens. Messerchen doch wenigstens. Ne, ich glaube, ein bisschen kombiniere ich aber erstmal noch. Ein paar Granaten mehr. Oder andere Scheiße. Schönen gerusten. Schönen gerusten. Schönen gerusten. Okay, okay, okay. Du weißt, du weißt, du weißt, guten Abend. Meine Güter. Schrei mich doch nicht so. Gib mir mal die Gehackflöser. besser. Aber da wir dieses Tape gerade gespielt haben, sind wir schlauer denn je. Natürlich müssen wir erstmal hier. Warum filmt der das denn auch überhaupt mit? Hat der jetzt eigentlich immer einen Final-Namen für das Spiel? Leg mich am Arsch! Aber was aber mal Greg Baker schon von sich gegeben hat, das willst du aber auch nicht hören. Darf ich meine Kamera fokussieren, seitdem ich den Akku gewechselt habe? Ich vertraue da ganz für euch, Chat. Ja toll. Jo, da brennt doch die Schnurzer weg. Na ja, na ja, na ja, na ja, na ja, na ja. Twitch Prime ist kostenlos. Spaß. So, wir kennen die Lösung für dieses tolle Rätsel, weil der Idiot es auf einem Tape gespielt hat. Ey, so dumm musst du erstmal sein, ne? L. 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 Z. L balancez. F ok, ja perfekt. F ok. Lose. Achja. Easy. Passt nicht. Versuch dir einfach die Kerze anzustecken, du Pfosten. Alter, versuch dir einfach die Kerze anzustecken, deshalb Pfosten. Ne, ich pass das nicht. Schlau Kopf. Komm. F. Jetzt sei schlau und geh weg. Schlau. Sei schlau. Möchte schlau sein. Möchte schlau sein. Möchte schlau. Du, weiter. Explodiert. Geh doch weg. Scheiß Kerl. Du solltest doch drauf gehen. Ah, da ist zu. Ne, 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 ne. Lass dir Zeit, Kollegen. Rein, rein, da, rein, da, rein, da, rein, da. Ihhh, scheiß. Das Ölfass steht da noch, ne. Ja, Faker. Die Waffe für dich vorgeschnitten hat nochmal. Der Stuhl dreht sich noch, der war noch gerade so hier. Ah, der Kopf. Der Kopf, der Kopf, der Kopf. Naja, egal. Ich hab keinen Bock mehr auf irgendeinen Bossfight heute. Und ich muss noch einiges an Videos hier vorschneiden. Also Leute. Bis zum nächsten, äh, bis zum nächsten, äh. Gäste ausüberspeichern. Brauch ja sowieso keine Sau mehr. Äh. Ich muss mal dieses Spiel lescapen, weil ansonsten hörst du die ganze Zeit nur dieses scheiß Fiepen von diesem blöden Fernseher. Und jetzt möchtet ihr nicht. Möchtet ihr gerne auch jetzt einfach nur mal, äh, sagen. Spiel verlassen. Ähm. Ja, wir haben alles gespeichert. Äh, ja. Äh, ja. conquer